Was? Du hast gelacht. Bitte? Du hast gelacht, als er sie vor allen anderen bloßgestellt hat. Ja, das war ja auch komisch. Das war gemein. Ja, das auch. Siehst du? Ja, aber guck mal, du hast neulich auch gelacht, als Carrie bei King of Queen's Duck fertig gemacht hat. Ja, aber das ist auch was ganz anderes. Ja, natürlich. Okay, Männer dürfen sich lächerlich machen, das hat Charme. Bei Frauen wirkt es würdelos. Willst du mir damit sagen, dass Frauen nicht komisch sein können? Doch, komisch schon, aber nicht lächerlich. Weißt du, wenn wir zwei Schauspieler wären, ja, dann wäre dieses Gespräch hier eher tragisch. Gehst du wieder rein? Ich will, dass du wieder bessere Laune kriegst. Im Kino nebenan läuft gerade The Women. Und im Saal daneben läuft gerade The Fast and the Furious. Ja, also eigentlich war das ja eh ein Scheißstück, oder? Ne? Na komm. Ich seh, es dir gefällt. Es gefällt dir, ha? Es gefällt dir richtig. Es gefällt dir. Es gefällt dir. Es gefällt dir. Es gefällt dir.